As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Ramadan Karim, alles Gute euch, Inshallah. Möge es euch jedes Jahr gut ergehen. Inshallah, erleben wir diesen Monat Ramadan so wie Allah es liebt und erleben weitere Ramadanjahre, Inshallah. Möge Allah uns ein langes Leben bescheren, im Gehorsam zu Allah. Möge Allah, der Erhabene, uns zu denen gehören lassen, die im Monat Ramadan beten, fasten und andere gute Taten verrichten. Allahumma amin. Ladet die anderen ein, erinnert sie und markiert sie, damit das Gute zunimmt und das Schlechte abnimmt, Inshallah. Wir beginnen mit dem Namen Gottes, des Erbarmers, des Gnädigen und Vertrauen auf Allah und bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bezeugen, dass Mohammed der Gesandte von Allah ist. So dann, liebe Brüder und Schwestern, fassen wir alle die aufrichtige Absicht für Allah, den Erhabenen. Das Bittgebet ist eine großartige religiöse Handlung, eine großartige Ibadah. Das Bittgebet hat einen großen Nutzen und das Bittgebet hat einen hohen Stellenwert in der islamischen Religion und hat viele Vorzüglichkeiten. Das Bittgebet ist ein Grund für die Versorgung und ein Grund für den Schutz vor Problemen und wir sind sehr auf das Bittgebet angewiesen. Allah, der Erhabene, erschuf uns und dahinter stecken Weisheiten. Allah erschuf uns, um uns zu befehlen, ihn anzubeten. Allah, der Erhabene, sagt Es bedeutet, Allah erschuf uns, um uns zu befehlen, ihn anzubeten. Unser Schöpfer ist also Allah. Im Arabischen sagen wir Allah. Damit meinen wir Gott. Wir meinen nicht zwei Götter. Es gibt nur einen einzigen Gott und dieser Gott wird im Arabischen Allah genannt. Unser Schöpfer ist also Allah. Unser Versorger ist Allah. Unser Beschützer tagsüber und nachtsüber ist Allah. Wenn du in Schwierigkeiten bist, dann wende dich der Anbetung gegenüber Allah zu. Allah hat uns erschaffen, nicht um für sich selbst Nutzen herbeizuschaffen und auch nicht um dadurch Schaden von sich abzuwehren. Niemand nützt Allah und niemand schadet Allah. Liebe Brüder und Schwestern, sagt viele Bittgebete, denn das Bittgebet ist die Waffe des Muslim. Wenn man ein Bittgebet spricht, dann ist man Allah damit gehorsam und befolgt dem Befehl von Allah. Allah befahl seinen Dienern, ihn zu bitten, dass er ihnen das gibt, was sie brauchen. Also, dass man Allah darum bittet, einem das zu geben, was man benötigt. Allah, der Erhabene, hat versprochen, dass man von diesem Bittgebet auf jeden Fall Nutzen hat und dass er von ihnen dadurch Schaden abwehrt. Wenn sie das tun, dann haben sie Nutzen und Schaden wird von ihnen abgewährt. Allah, der Erhabene, sagt, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ Das bedeutet, Allah befiehlt, dass wir ihn bitten, denn er ist derjenige, der die Bittgebete erfüllt. Und der Prophet Muhammad a.s.w. sagte, أَدُّعَوْهُوَ الْعِبَادَةَ Das bedeutet, das Aufsagen eines Bittgebetes ist eine großartige religiöse Handlung. Dadurch erhält man sehr viel Hassanat. Das Bittgebet ist ein großartiger Grund, wodurch das Herz erleuchtet und erfreut wird. Dadurch werden die Sorgen beseitigt und die Angelegenheiten werden einem erleichtert. Deswegen sage sehr viele Bittgebete für dich, für deine Angehörigen, für die Muslime und für mich. Einmal ging der Prophet Muhammad a.s.w. in die Moschee und sah einen der Ansar, einen der Medinenser, die den Propheten empfangen und unterstützt haben. Er hieß Abu Umama. Der Prophet a.s.w. sagte ihm, مَا لِي أَرَاكَ جَالِسْ في الْمَجْلِسْ في الْمَسْجِدِ Er sagte, مَا لِي أَرَاكَ جَالِسْا في الْمَسْجِدِ في غَيْدِ وَقْتِ الصَّلَاتِ Das bedeutet, ich sehe, dass du außerhalb der Gebetszeit in der Moschee bist. Warum bist du außerhalb der Gebetszeit in der Moschee? Das bedeutet, das hat einen Grund. Nicht, dass es verboten gewesen wäre. Nein. Aber das hat einen Grund, weswegen dieser Abu Umama in der Moschee ist, außerhalb der Gebetszeit. Er sagte, مَا لَزِمَتْنِ وَدُيُونَ أَسْقَلَتْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ Das bedeutet, Sorgen und Schulden, die mich schwer belasten, o Gesandter Gottes. يَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ Ich bin hier, weil ich sehr viele Probleme und sehr viele Schulden habe. Er sagte ihm, أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ إِذَا قُلْتَ هُنَّ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَضَى دَيْنَكَ Das bedeutet, soll ich dir nicht Worte lehren? Wenn du sie aussprichst, wird Allah dir deine Sorgen nehmen und deine Schulden begleichen. Er sagte, بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ Doch, o Gesandter von Allah, das heißt, bring mir sie bei, يَا رَسُولَ اللَّهِ Der Prophet sagte ihm, قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتِ Das bedeutet, sage morgens und abends, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجِزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ Das bedeutet, Oh Allah, ich suche bei dir Zuflucht vor der Sorge und dem Kummer und ich suche bei dir Zuflucht vor der geringen Motivation in den religiösen Angelegenheiten und vor der Faulheit und ich suche bei dir Zuflucht vor der Feigheit und dem Geiz und ich suche bei dir Zuflucht vor Schulden und Männer, die mich bezwingen. Er sagte, فَفَعَلْتُ سَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَى دَيْنِ Das bedeutet, das habe ich dann getan. Ich habe diese Worte morgens und abends gesagt und Gott, Allah, hat mir meine Sorgen und meinen Kummer von mir genommen und meine Schulden begleicht. Deswegen sollten wir diese Angelegenheit auch sagen, morgens und abends. اللهم inni a'uzu bika min alhammi walhazan wa'a'uzu bika min al'ajizi walkasal wa'a'uzu bika min aljubni walbukhul wa'a'uzu bika min ghalabati al-dayni waqahri al-rijal Allah möge uns von unseren Sorgen und von unserem Kummer befreien und unsere Schulden begleichen. Allahumma amin. Das wurde überliefert von Abu Dawud. Der Hadith gelehrte Ahmad ibn Hajar al-Asqalani überlieferte in seinem Buch Al-Isaba fi tamizis sahaba Dass Anas ibn Malik möge Allah ihm gnädig sein, erzählte. Er sagte, es gab einen Mann von den Gefährten des Gesandten von Allah namens Abu'l-Mu'allaq. Es war ein Gefährte. Er war ein Händler, der für sich und andere handelte. Er war ein gottesfürchtiger Mensch. Er ging einmal hinaus und auf seinem Weg traf ihn ein bewaffneter Dieb, der ihn anhielt und sagte ihm, lege deine Sachen weg, denn ich werde dich töten. Er sagte ihm, du willst nur mein Blut? Nimm das Geld. Nimm das Geld und töte mich nicht. Er sagte ihm, ich will dein Blut. Nenne, ich will dich töten. Dieser Gefährte sagte ihm, lass mich beten. Er sagte ihm, bete so viel du willst. Dieser Gefährte vollzog die Teilwaschung und betete. Und im Gebet sagte er folgendes Bittgebet. Ja Wadud Ja Zal'arushi al-Majid Ja Fa'alu lima yurid As'aluka bi'izzika alladhi la yuram Wa mulkika alladhi la yudam An takfiyani sharr haza l-lis Ya murisu arisni Ya murisu arisni Ya murisu arisni Er bat Allah um Schutz vor diesem Dieb und sagte das dreimal. Plötzlich erschien jemand, der auf einem Reittier ritt und sich diesem Dieb näherte. Er ging auf diesen Dieb zu und tötete ihn. Das bedeutet, er wurde vor diesem Dieb geschützt. Er ging dann zu diesem Händler und sagte ihm, steh auf. Zu diesem Gefährten. Und sagte ihm, steh auf. Dem vierten Himmel. Ich bin ein Engel. Aus dem vierten Himmel. Als du das Bittgebet das erste Mal gesagt hast, entstand ein Geräusch am Tor des ersten Himmels. Beim zweiten Mal verbreitete sich das Geräusch im zweiten Himmel. Und beim dritten Mal sagte man mir, Es ist ein Bittgebet eines Bedrückten, eines Besorgten, eines Traurigen. Und ich bat Allah, dass er mir diese Aufgabe übergibt und er erlaubte es mir. Allah Ta'ala hat ihn also geschützt und bewahrt. Allah möge auch uns schützen und bewahren. Allahumma amin. Es gab eine Frau, die hatte große Liebe zum Propheten Mohammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Sie trug diese große Liebe zum Propheten im Herzen. Sie hatte große Sehnsucht zum Propheten Mohammed. Alayhi salatu wa sallam. Es gab einen Emir in einer bestimmten Region. Eines Tages ging er zur Bevölkerung hinaus, um sich nach ihrem Zustand zu erkundigen. Dabei betrat er den Laden eines Händlers. Er sah dort die Tochter des Händlers. Und diese gefiel ihm. Als er zurückkehrte, schickte er seinen Minister und sagte ihm, halte für mich um die Hand dieses Händlers an. Halte für mich um die Hand der Tochter dieses Händlers. Und sage ihm, dass ich um ihre Hand anhalte mit einer Bedingung, dass er eine bestimmte Geldsumme nimmt und die Stadt verlässt. Das bedeutet, er nimmt das Geld und verlässt mit seinen Angehörigen die Stadt. Warum? Damit niemand herausfindet, woher diese Frau stammt. Wo ihr Ursprung ist. Der Vater hat sie dann verheiratet. Und er nahm das Geld und verließ mit seiner Familie die Stadt. Das war dieses Mädchen, also diese junge Frau, die große Liebe im Herzen zum Prophet Muhammad a.s.w. empfand. Dieser Emir hat sie geheiratet. Und dieser Emir hat ihr eines Tages eine Krone geschenkt. Diese Krone gehörte seiner Mutter. Er sagte zu seiner neuen Frau, diese Krone gehört meiner Mutter und ist eine der wertvollsten Kronen unserer Zeit. Diese Krone war geschmückt mit Perlen und Edelsteinen. Er sagte ihr, ich schenke sie dir und gebe darauf Acht. Diese Krone trug sie ab und zu. Eines Tages hörte diese junge Frau wie ein Mann draußen etwas rief und schrie. sie hörte, wie er mit lauter Stimme geschrien hat und nach einer Spende verlangt hat. Er hat um eine Spende gebeten, die ihm aus Liebe zum Prophet Muhammad gegeben wird. Er sagte, wer das wertvollste, was er hat, aus Liebe zum Prophet Muhammad abgibt, spendet, der wird inshallah im Jenseits die Fürbitte des Prophet Muhammad erhalten. Diese Frau war gefüllt mit der Liebe und der Sehnsucht zum Prophet Muhammad a.s. Diese Worte haben diese Frau sehr bewegt. Sie öffnete ihre Kiste, in der sich die Krone befand und warf es dem armen Mann zu. Es war das wertvollste, was sie hatte. Sie hat es gespendet mit der Hoffnung, dass sie im Jenseits die Fürbitte des Prophet Muhammad erlangt. Also, dass der Prophet für sie Fürbitte einlegt. Allah für sie bittet, dass er sie von der Bestrafung verschont und dass er sie nicht bestraft. Das hat sie gemacht. Irgendwann bemerkte ihr Ehemann, dieser Emir, dass sie die Krone nicht mehr trug. Jedes Mal suchte sie nach einer Ausrede. Eines Tages stellte er sie zur Rede und sie erzählte ihm, was vorgefallen war. Dieser Emir war sehr ungerecht. Er hat sie gefragt, mit welcher Hand hast du ihm diese Krone zugeworfen? Sie zeigte dann auf die Hand. Ihr wisst, die Muslime spenden mit der rechten Hand, nicht mit der linken Hand. Er hat sie dann an dieser Hand, an diesem Arm sehr stark verletzt. Sehr heftig verletzt. So schwer verletzt, dass sie beinahe ihr Arm verloren hätte. Hat sie dann geschieden und hat sie dann herausgeworfen. Sie ist dann von zu Hause weg, weil ihr Ehemann sie auf diese ungerechte Weise behandelt hat. Diese Frau ging zu einem Bekannten ihres Vaters. und hat für ihn dann für eine bestimmte Zeit bei ihm Unterkunft gefunden und hat dann irgendwann bei ihm gearbeitet. Die Angehörigen von ihr waren weg, haben die Stadt verlassen. Sie versuchte ihren Arm zu behandeln, aber irgendwann konnte man ihn nur noch so behandeln, dass er gelähmt wurde. Aber abgetrennt wurde er nicht. Also war sie gelähmt. Nach einer Zeit hat sie dann irgendwann mit der Arbeit angefangen und sie hat auf Erleichterung gewartet. Nach der Bedrängnis kommt die Erleichterung. So bitten wir auch Allah, dass er uns Erleichterung bescheren möge. Eine Zeit später kam ein reicher Händler an diesem Ort, wo sie gearbeitet hat. Und dieser Bekannte von ihr hat ihr von dieser jungen Frau erzählt. Also hat diesen Händler von dieser Frau erzählt. Und dieser Händler sah sie und sie gefiel ihm. Und er wollte um ihre Hand anhalten. Und sie hat zugestimmt. Aber sie hatte eine Bedingung. Und zwar dass der Ehevertrag abgeschlossen wird, da wo sie sind, aber es zum Geschlechtsverkehr bei ihm in der Ortschaft kommt. Das bedeutet sie schließen den Ehevertrag, aber in seiner Heimat kommt es dann dazu, dass sie beide Geschlechtsverkehr haben. Er wegen ihrem Arm und sie hatte Angst, dass er sie dann abstoßen würde, wenn er sieht, dass er eine Frau geheiratet hat, die an einem Arm gelähmt ist. Er stimmte zu. Denn sie war fromm und sie hatte eine Schönheit. Nach dem Nikah, nachdem sie den Ehevertrag abgeschlossen hatten, sind sie dann in seine Heimat gereist. Auf dem Weg ist dann Folgendes passiert. Sie war in einem Haudat, das war ein bedachter Sitzplatz aus Holz auf dem Rücken eines Leittiers, in dem die Frauen Platz genommen haben und ihr Ehemann neben ihr. Während der Fahrt weinte sie, weinte sie so heftig, dass ihr Ehemann sie gehört hat, aus Angst davor, dass ihr Ehemann sie abstoßen würde, so verstoßen würde, dass sie an einem Arm gelähmt ist. Ihr Ehemann hörte, wie sie geweint hat. Und als sie sehr heftig geweint hat, ist sie irgendwann weinend eingeschlafen. Im Traum sah sie den Prophet Muhammad und sie bat ihn um Bittgebete und sie erwachte und sah, dass ihre Lähmung verschwand, dass ihr Arm wieder geheilt wurde. Und dann lachte sie sehr, so dass ihr Ehemann sie gehört hat. Als sie ankamen, fragte ihr Ehemann, wieso sie erst mal geweint und dann gelacht hat. Sie wollte es ihm nicht erzählen. Sie hat es erst mal für sich behalten. Nach einer Zeit kam ein armer Mann und rief mit lauter Stimme nach einer Spende und verlangte nach einer Spende, die man ihm aus Liebe zum Prophet Muhammad gibt. Er sagte, wer das wertvollste, was er hat, aus Liebe zum Prophet Muhammad abgibt, der wird insha' Allah im Jenseits die Fürbitte des Prophet Muhammad erhalten. Sie rief diesem armen Mann zu und ging sofort zu ihrem Ehemann und sagte ihm, gib mir das wertvollste, was du hast. Er sagte ihr, ich mache das, aber mit einer Bedingung. Sie sollte ihm erzählen, wieso sie auf der Fahrt, auf der Reise erst mal geweint und dann gelacht hat. Und dann hat sie ihm das erzählt. Sie hat ihm erzählt, dass sie geweint hat, aus Angst, dass er sie verstoßen würde und dass sie dann gelacht hat, dass sie dann nach dem Traum, in dem sie den Prophet Muhammad gesehen hat, gesehen hat, ihr Arm geheilt wurde und dass Allah sie mittels der Baraka des Segens des Prophet Muhammad geheilt hat, dann hat sie sehr gelacht. Ihr neuer Ehemann sagte, ich bin der arme Mann gewesen und zeigte auf die Krone. Ich bin der arme Mensch gewesen, der arme Mann gewesen, dem du in der Vergangenheit die Krone gegeben hast. Er sagte ihr, ich habe davon einen Rubinstein verkauft und ich bin zu einem der größten Händler geworden. Er sagte ihr, nimm die Krone. Der arme Mann, der draußen war und nach der Spende verlangte, hörte ihrem Gespräch zu und sagte zu der Frau ich bin der reiche Emir. Nachdem ich dich geschieden habe, haben die Menschen einen Putsch gegen mich gemacht und haben gegen mich rebelliert und haben mich vertrieben. Schaut mal, liebe Brüder und Schwestern, was man anderen antut, könnte einen irgendwann treffen. Also Vorsicht, was du anderen antust, könnte dich irgendwann auch treffen. Mein Rat ist, dass wir alle, ich bin der Erste, den Monat Ramadan mit der Reihe für Allah empfangen. Denn Imam al-Bukhari überlieferte in seinem Sahih, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte, Das bedeutet, wer seinem muslimischen Bruder hinsichtlich der Würde oder des Vermögen Unrecht zufügte, der soll es noch heute wieder gut machen. Heute noch, nicht aufschieben. Bevor weder Dinar noch Dirham etwas von ihm abwehren können. Im Jenseits können Gold und Silber Münzen von einem Nichts abwehren. Wer also einem Muslim hinsichtlich der Würde oder des Vermögens Unrecht zugefügt hat, wie zum Beispiel durch Beschimpfung oder unrechtmäßiges Konsumieren seines Vermögens, der soll sich heute noch davon befreien, bevor er im Jenseits zur Rechenschaft gezogen wird. Denn wenn er nicht auf der Welt sich davon befreit, dann werden Gold- und Silbermünzen nichts von ihm abwehren können. Allah der Erhabene sagt Das bedeutet an jenem Tag am Tag des jüngsten Gerichts an dem die Menschen von ihren Brüdern Müttern Vätern Ehefrauen und Kindern fliehen werden. Das heißt, diese Menschen werden aufgrund der gewaltigen Lagen, in denen sie sich im Jenseits befinden, ihre eigenen Verwandten nicht betrachten. Diese Menschen werden aufgrund der gewaltigen und schlimmen Lagen, in denen sie sich befinden, die Lagen der anderen nicht betrachten. Wenn sie Unrecht begangen haben, dann werden sie am Tag des jüngsten Gerichts vor diesen Menschen fliehen, obwohl das sind Verwandte, Eltern, Geschwister, Ehepartner, Kinder. Denn sie wissen, dass jener Tag, der Tag der Auferstehung, der Tag der Bestrafung ist. Aber wohin wollen sie flüchten? Warum flüchten sie? Weil sie ihren Eltern Unrecht zugefügt haben und ihre Eltern wollen ihre Rechte. Oder weil sie ihren Geschwistern Unrecht zugefügt haben und ihre Geschwister wollen ihre Rechte haben. Oder weil sie dem Ehepartner Unrecht zugefügt haben und der Ehepartner will seine Rechte. Oder weil sie den Kindern Unrecht zugefügt haben und die Kinder wollen ihre Rechte. Aber wohin wollen sie flüchten? Allah möge uns ein gutes Ende bescheren. Allah möge uns zu denen gehören lassen, die sich vor dem Tod von den Sünden befreien. Allah möge uns ein ein Ende geben, das er liebt. Allah möge uns als vollkommene Muslime leben und sterben lassen. Allahumma ameen wa subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillahi rabbil alamin ameen.